35 Teilnehmer, ist auch mal wieder schön. Endlich mal wieder ein paar mehr Leute hier bei der Wette involviert. Das macht doch viel mehr Spaß dann direkt. Früher waren ja öfter mal viele Leute mit dabei. Kettensägen, man. Da vorne helfe ich gleich auch. Wir müssen auf jeden Fall eine Kiste öffnen. Hier ist keine Kiste leider. Oh, da wurde jemand erwischt. Ach, die spielen da in dem Haus. Dann soll ich den Generator eigentlich fertig kriegen. Ich muss eine Kiste finden. Ist hier irgendwo ein Haus? In den Häusern sind die ja oftmals drin. Ah, da hinten ist dieses große Haus. Da ist auf jeden Fall eine Kiste drin. Morgen, Xanaron. Grüß dich. So, den sabotieren wir wieder. Okay, und hier müsste jetzt eigentlich gleich eine Truhe sein. Das heißt, wir werden gleich das Ergebnis unserer Wette sehen. Ja, ist sogar noch nicht gelootet. Oh, da draußen geht voll die Party. Ach, komm. Hätte ich das gewusst, hätte ich das fertig gemacht. Medikit! Wer aufs Medikit gesetzt hat, Glückwunsch. Ich wollte sie eigentlich heilen. Okay. So. Drei Generatoren. Oh. Achso, du willst Hilfe, ja. Hier ist noch eine Mauer zwischen. Also der Kacke. Der kann hier auf jeden Fall nicht hinsprinten. WB-Daydream. So, ich werde hingehen. Versuchen zu helfen. Ich glaube, er kämpft. Lauf. Lauf. Ich kann dich gleich heilen. Ah, fuck. Lauf. Nicht... Nicht in der geraden Linie laufen. Wo ist denn der andere hin? Ich glaube, ich nehme die 5000, bevor der leeft. Oder? Oh ja, die anderen sind auch abgehauen. Dann haue ich auch ab. So, I'm out of here. Die 5000 Punkte lasse ich mir nicht nehmen, Leute. Haa, herrlich. Rang 7. Nice, Leute. Endlich Rang 7. Haben wir uns aber mal was gegönnt.